Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Auslosung des Jahrhundertspiels. Zur Auswahl stehen die Vereine Turn- und Sportfreunde aus Ditzing und der Verein für Bewegungsspiele aus der Nähe von Ditzing. Ich begrüße hiermit unsere Losfrau Helena. Zuerst ziehen wir die Heimmannschaft, bitte. Werden wir dann soweit? Ja. Die Heimmannschaft ist Ditzingen. Und der Gegner lautet VfB Stuttgart. Die Heimmannschaft ist Ditzing und der Verein Wachstum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020